Hey, I'm sorry about this Stört, du Sau! Komm, lebt ihr noch? Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA San Andreas Remastered Guckt ihr das an, wie interessant es ist, der sieht Also, wie der aussieht, das ist unfassbar Ja, Freunde, danke für das Feedback auf die letzte Folge Lasst gerne weiter ein bisschen Liebe da, wenn ihr mehr sehen wollt, ihr wisst Bescheid Und ja, Supporter ist kein Mord, wa? Also, haut gerne schön auf die Like-Taste drauf Und dann können wir ja vielleicht noch ein bisschen weiter zocken, wenn ihr Bock habt So, jetzt muss ich mal gucken Ich bin schon fast tot, ey Wäre das schlau jetzt? Doch, es wäre schlau So viel Zeit muss sein, ey So viel Zeit muss sein So viel Zeit muss sein So viel Zeit muss sein Ja, 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 doch, 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 doch Ich will es direkt schaffen, also So machen wir es jetzt Zack hier, zack Sehr gut, das hat sich gelohnt, ey Weil wir haben ja gesehen beim letzten Mal Die hauen ganz gut rein Auch jetzt gerade eben haben wir es gesehen Die hauen einfach Hey, Baby Okay, so viel Zeit muss... Ja, auch dafür muss es einfach Zeit sein Ja, klar doch Klar Ja, natürlich Rollbraten Sehr gut Braucht ihr Hilfe, Jungs? Machst du da? Was war das für ein Schlag, Junge? Ist er tot? Ja Alter, scheiße Ich bin schon wieder fast tot Alter, komm Okay, haben wir hier nochmal so einen Automaten oder sowas? Er ist tot Ist er tot? Sicher? Ist sicher? Okay, gut, der ist tot Ohne Witz vorne Ich laufe jetzt nochmal zurück Ist mir scheißegal Warum kann ich denn nicht sprinten, ey? Hä, was ist das denn hier? Die Markierung Achso, die Markierung ist ganz woanders Aber ich will mich einfach hier ein bisschen absichern, ey Und wenn ich anders erschlage ich die mit den Blumen, ey Vielleicht ist es aber auch so ein Strauß Brennnessel, Alter Und dann zack ins Gesicht, ey Brennnessel direkt ins Gesicht, ey Dann weiß man Bescheid, ey So Ich hab keinen Bock Ein Schuss, ich bin tot Ist mir vollkommen egal Es ist mir so egal, ey Ich hab keinen Bock zu schärmen Geh ich jetzt einen Schuss, muss ich alles von vorne machen Ne, 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 lassen wir Das lassen wir schön sein Freunde, wisst ihr, was auch ganz cool ist, ey? Ich hab jetzt gesehen Oder vielleicht habt ihr es ja auch mitbekommen Es gab ja jetzt das Xbox 20 Jahre Event quasi Und da haben sie wieder 70 Spiele abwärtskompatibel reingepackt Und zwar auch unter anderem die komplette Max Payne Reihe Was richtig geil ist, ey Weil ich wollte eigentlich mal vor längerer Zeit Dingens spielen Max Payne 3 nochmal Ja, wollte ich spielen, aber Ging leider nur auf der alten Xbox Aber jetzt geht es auch auf der Xbox Series X, ey Das ist richtig geil Ich weiß jetzt nicht Und irgendwelche Spiele haben auch profitiert Die laufen jetzt mit diesem FPS Boost Mit 60 Frames Boah, ey, macht da hier einer auf Leon, der Profi, oder was? Ist da einer hinten an der Tür? Ich riskiere hier gar nichts Das ist mir so scheißegal Ich schneide das vielleicht ein bisschen zusammen Wie ich hier die ganze Zeit mir hochreile Das schneide, ey, ich schneide es ein bisschen zusammen Aber ich riskiere gar nichts hier So, okay, nochmal hochgeheilt Ich riskiere hier nichts an Tot? Beide tot? Ja Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir sind Smokin' Riding Die Schocken uns Fuckin', lass uns raus Das ist der Rosentos-Police-Departement Gangsterlevel erreicht Gangsterlevel erreicht Nächste Mal! Gangster! 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 Maximale Gesundheit perfekt! Machen wir ab, eh... Come on CJ,guys mal! Nächstes mal da kannst du ein bisschen mitballern, du hast ja selber ne Knarre Mann, 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 da, vedere... Ruh die, bruh die, bruh die, cal... Höre da auf, eh! Ach, jetzt auf einmal, na?! Geht in! Hit the gags! Ey, man, I'm runnin' low! I got a K here! Just fuckin' Antique! Yeah, well, Emmett ain't the winner, girl! You got it on Emmett? Shit! CJ's level in the rear! Woah, AK! Auch Gags level in the right! Damn! It's like World War 8! What? Now it's gone. Hey, CJ, watch to the left! Your left, or my left? Hell, I don't know, just shoot everybody, motherfucker! Four beggars in blue corridor, that's back in the south end! Come on, Jess! Trouble up ahead! Call! They're all over our ass, baby! CJ, watch our right! Jawoll! Was wollt ihr machen, hä? Ihr kleinen... ...Schweine, ey! Pull, schweine! Oh! Wo sind sie? Wo sind sie? Übe weiter! Wfici! O understandable! That was just stayin' home and watch the f***ing game! Come on behind us! Behind us! Put up your window! Smoke, what the f*** are we doing? Dammit Smoke, I got soap in my eye! School, you know what I'm saying! I like things clean! There's this guy! Hey CJ, watch to the left! Analysis is a lot of hurl! Hey, I'll take it with options I have, alright? Maybe if you have a nice word with these options, they'll let us go down our way! Hey look, brother! Hey man, some idiot hanging on the back of the floor! Come on and shoot! Oh shit, all I got in my rear view is bad guys! This ain't coming rear! Hahaha, du Scheiße, ist das geil, ey! Weeeee! Einfach weggeflogen, ey! Nice! Ach, nice, ey, aber das... Oh, du hast schon nicht gefressen, ey! Alles klar! Ahh! The taste of things to come! Okay. Shit! That's gonna be a hell of a story to tell when we passin' the blunt! Damn, that was some serious shit! Woo! Fuck this! We gotta get outta here! Right is right! Everybody split up, we'll meet up later! Der 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 I love violence? Oh, Alter, ich krieg direkt nen Schuss in die Fresse, ey. Direkt nen Schuss in die Fresse krieg ich, ey. Mein Gott, geht mir doch nicht auf den Sack, ey. Dann fotzen, ey. Ja, genau. So, oh, scheiße. Nein, ich will hier gar nicht kämpfen. Ich will hier gar nicht kämpfen, Mann, ey. Mann, jetzt bin ich tot, ey. Hab ich meine Sachen wieder verloren, ey. Ach, komm. Alles verloren wieder, ihr kleinen... Riesenschlampen, ey. Steig doch ein. So, sei denn mit dir, ey. Come on, Mann. Geht doch mal aus dem Weg, hier. Hallo. Mach doch mal Platz für die Autos. Was ist denn los hier? Wo sind wir denn hier eigentlich gelandet, ey? Schlimmer geht's ja nicht mehr. Legende? Was ist denn die grüne Emmett? Gut, erstmal wieder Dingens. Knarren holen. Geht halt nicht anders. Weil ich gestorben bin. Ich bin gestorben. Okay, so. Dann würde ich sagen, nächste Mission bei Sweetie. So, let's go. Ja, ihr habt ja noch mal die Baller Rats. Ja, ich wusste nicht was. Ja, ich wusste nicht was, ey. So, ihr wisst, ey. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja! Was das bedeutet, dass man eine Große-Street-Familie ist? Ja! CJ, du mein Bruder, mein Runnin' Dog. Ich sollte nie dachten, ich hab. Es ist nichts. Aber du bist jetzt, Partner. Ja, das ist jetzt. Du bist jetzt. Für schon. Ich will all y'all gehen, und dann gehen Sie auf den Mahallan-Internacht. Wir gehen auf den Ballen-Internacht. Ja, ich sehe y'all in Traff. Ja, für schon. Du in? Ja, ich bin. Ich bin dein Runnin' Dog, Sweet. Ja, mein Nigg. All right, du gehst auf und ich meet dich auf der Crossroad. Hey! Hey, CJ, it's Cesar, man. I'm kind of busy now. Something big going down. Essie, I gotta see you, Holmes. Tell you something. Look, if it's about Kendall, don't worry. We cool, all right? No, CJ, you gotta come and see something. Something important, eh? Well, it's gonna have to wait. This can't wait, Holmes. If I tell you you won't believe it, Essie, I swear. Ah, okay. I got about five, so it better be good. Where you at? I'm under the freeway. Northside of Vernon Bluffs. Oh, okay. I got about five, so it better be good. Alles klar, man. Okay, Waffen haben wir. Ich hab kurz eine gekauft. Dann schauen wir doch mal, was er will. Anscheinend ist es ja so ein krasses Ding, dass das nicht einfach sagen kann am Telefon, meine ich. So. Die letzte Kasschen ist wahrscheinlich auch wieder problematisch wegen der Musik. Mann, 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 ey. Das nervt so krass, aber was will man machen, ey? Was will man machen, ey? Das geht halt nicht anders. Es geht nichts anders. Wie ein Copyright, Copyright. So. Okay, da sind wir doch schon. Steig in den Wagen, der eben durch... Okay. dı. So you dragged me way across town. To see what? Just in time, Essie. Take a good hard look over there. So, some ballers hangin' around a dope spot. So what? Just watch, homie. What the fuck? Oh, no. Shit, Smoke, what you into? Shh, that's it. Look at that ride. That's the motherfucking Green Saber. Shit, Smoke? Crash making you sell us out? Moms! Sorry, Issy. I heard a rumor poked around. I didn't believe in myself, but... Nah, nah, you did the right thing. I owe you, Seize. I gotta go tell Sweet about... Oh, fuck! Sweet! Look, go get Kendall and take her to a safe place. What you thinking? It's Sweet. I think him and the homies is walking into a trap. Just go. Go! Oh, Scheiße! Alter, ich dachte, ich bin im Auto. Deswegen hab ich Gas gedrückt. Äh... Ja, dann nehm ich halt das Taxi... Nein! Bleib doch stehen, Mann! Oh. Nö! Hab zu tun! Business! Business! Business ist am Laufen! Muss weg! I gotta warn Sweet! Damn it, Sweet! Pick up! Pick up! Hey, what's up? You call me, but I didn't pick it up. So leave a message after... Shit, shit, shit! Alter, Sweet, Sweet! Is gleich tot, ey! Komm schon! Die Karre ist so langsam, ey! BAM, Junge! Nicht auch noch mein Bruder! Steck doch aus, ey! Wie oft muss man die Scheiße drücken? Hallo, Kamera? Komplett am Eskalieren? Oh, der Bulle, ey! Geh doch weg! Mich steu jetzt hier nicht ein in der Gangschießerei an! Oh, Scheiße! Gut, dass die so dumm sind, ey! Das macht's einfacher! Gut, dass die so unfassbar dämlich sind! Wo ist denn der Typ dahinter, wa? Komm schon! Explodier! Was machen die da, Junge? Komm! Wo ist er denn jetzt hier? Ja, komm! Treffen tue ich denn anscheinend! Okay! Alter! 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 Geh, bitte! Bitte, Mann! Ich kann nicht breathieren! Bitte! Oh, all right! Nur weil du gesagt hast, bitte! Du verdammeligst! Intimidate diejenigen, die andere Menschen, Karl! Das ist mein Job! Ja! Ja! Ey, Mann! Wo we at? Wo we at? The middle of fuckin' nowhere! Nice, clean air! Fuckin' smoke! Oh, sweet! Sweet is alive! Alive and inside! He's in a prison hospital, being treated for gunshot wounds! Awaiting trial! Ja! Somehow, nobody's caught you yet! Oh, yeah! You should be glad, Karl! Your moron brother's alive! Your street trash soon-to-be-turned-out sister's alive! And! She's only sucking one greaseball's dick! Things are going pretty well for you, Karl! So behave, nigga! We want you to do a little favor for us, Karl! I can't believe that nigga Smoke turned on me! Smoke? Smoke does exactly what he's told! He learned that lesson a long time ago! Damn, man! Take it easy! Yeah, homies for life? Street loyalty? That's all bullshit, Karl! Didn't you learn that when they ran you out of town just cause you let Brian die? Huh? Eddie, I can't deal with this guy! He's an idiot! Let me air this fucker out! No, 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 officer! For once, let's let the kid do something good with his useless life! He's gonna help us with the fight against crime! Right, Karl? Yeah! By any means necessary! Now you stay the fuck away from Smoke, and stay the fuck away from us! Otherwise, Sweet's gonna find himself on a baller's block getting in touch with his feminine side! Hey, Hernandez, you gonna piss all day? Get your hands off me, man! For some reason, we've got a little problem with a former friend of ours. He seems to disagree with some of our methods. Nah, who could do that? Yeah, you'll never find anybody as fork-tongued as this snake-ass bastard. Soon as he gets caught with his hand in the cookie jar, you'll whistle any tune Internal Affairs wants him to. See, they got him hiding up Mount Chili in some place, so they can manipulate his testimony any way they want to. I want you to pay him a little visit, Karl, and destroy all his evidence before he testifies. Sort this out, Karl, so Officer Tenpenny can sleep easy at night. Meh? We want evidence he ain't gonna talk. Oh, fuck! Oh, yeah! Was soll das denn?! Sag mal, ey! Jetzt sag mal! Oh, Mann, ey! Ja! Wir sind raus aus der Stadt, vorne. Ganz, ganz raus. Genau, ja, ja. Erstmal ne Wummel, ey. Sicher, sicher, ey. Ja, ey! Geil! Auf jeden Fall! Was kann man sagen, wie weit sind wir jetzt ungefähr? Story-mäßig. Freunde, was würdet ihr sagen, so Fortschritt-mäßig? The Revolution is coming! Hm, ich weiß nicht. Was sagt die Statistik? 14,4% Wie viele Missionen gibt es eigentlich in dem Game? Begonne Mission, hm. Keine Ahnung, ja. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist hier erstmal Schluss, vorne. Ich danke fürs Zusehen. Habt ihr Bock, dass wir noch ein bisschen weiter zocken? Lasst mich das gerne mal wissen. Ihr wisst ja, wie es läuft. Einfach ein Like da lassen. Tut ja keinem weh. Ja, tut ja keinem weh. Aber sollten auf jeden Fall ein paar mehr machen. Das wäre auf jeden Fall ganz gut. Ansonsten war es das erstmal. Ich danke fürs Zusehen. Und hau rein. Tschüss!